Aber diesmal braucht sie die Firma wirklich hier. Den Spruch habe ich schon ein paar Mal gehört. Nehmt doch einen eurer Agenten. Als ich ihn umbringen wollte, hast du mich daran gehindert. Und sie ist... Aber diesmal braucht sie die Firma... Aber diesmal braucht sie die Firma wirklich hier. Aber diesmal braucht sie die Firma wirklich hier. Okay, ich übernehme den Auftrag. Aber unter einer Bedingung. Ich arbeite allein. Ach, eins möchte ich noch klarstellen. Wenn irgendetwas schiefgehen sollte, kennen wir sie nicht. Ja, ja, das kleingedruckt. Ja, ja, ja.